Die Top 5 Komplettschlafzimmer, unser Vergleich und Empfehlung Ich habe das Rui Cassie Bedwäsche Set in Anthrazit gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Bettbezüge und Kissenbezüge passen perfekt auf meine 135 x 200 cm Matratze und sind einfach mit dem Reißverschluss zu befestigen. Die Mikrofaser fühlt sich angenehm weich an und ist bügelfrei, was das Aufziehen noch einfacher macht. Das Set wurde auch nach mehrmaligem Waschen nicht verfärbt oder aus der Form gebracht. Insgesamt würde ich dieses Bettwäsche Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe mir die Milfech 36 Watt LED Deckenleuchte mit Bluetooth-Lautsprecher gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Fernbedienung und die App-Steuerung machen die Bedienung sehr einfach und bequem. Das RGB-Farbwechsel-Feature sorgt für eine gemütliche Atmosphäre und der integrierte Lautsprecher ermöglicht es mir, meine Lieblingsmusik im Raum zu hören. Die LED-Technologie spart Energie und ist umweltfreundlich. Ich empfehle diese Beleuchtung für Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Wohnzimmer. Ich habe das TSM-ST 200 cm Schiebetürsystem Komplettset für meine Innentür bestellt und es hat meine Erwartungen übertroffen. Die Montage war relativ einfach und die mitgelieferte Bodenführung sorgt für eine reibungslose Beweglichkeit der Tür. Das Design des Schienensets ist modern und schlicht in schwarz gehalten und passt gut zu meiner Einrichtung. Ich empfehle das TSM-ST Schiebetürsystem jedem, der nach einer praktischen und optisch ansprechenden Lösung für eine Schiebetür sucht. Ich habe das Luzmo Verdunkelungsrollo ohne Bohren für mein Dachfenster gekauft und bin äußerst zufrieden damit. Es ist sehr einfach zu montieren und hält gut an meinem Fenster. Die Verdunkelungsfolie funktioniert perfekt und hält das Zimmer komplett abgedunkelt, was mir sehr wichtig ist. Auch die Möglichkeit, das Rollo individuell zuzuschneiden, ist praktisch und unkompliziert. Die Qualität des Materials ist hochwertig und das Design ist schön und schlicht. Ich empfehle dieses Produkt jedem, der eine schnelle und effektive Lösung zur Verdunkelung seines Zimmers sucht. Ich habe die Fensterverdunkelung für mein Dachfenster gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es war einfach zu installieren und ich musste keine Löcher bohren. Die Verdunkelungsfolie ist 100% lichtundurchlässig und dunkelt den Raum vollständig ab. Das schwarze Thermomaterial hilft auch, um die Wärme im Raum zu halten. Ich kann nun besser schlafen und mich tagsüber ausruhen, ohne von der Sonne gestört zu werden. Insgesamt ein großartiges Produkt, das ich jedem empfehlen würde. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.